Auf welchem Weg würden Sie fliehen, falls Ihr Ex-Partner durch das Vordertür hereinkommt? Auf welchem Weg werden Sie fliehen, wenn Ihr Ex-Partner durch die Hintertür kommt? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und ich kann so gerade meine Hände hochheben und dann spüre ich einfach die Schmerzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017